Es ist wieder Wurmzeit mit Ohanno und Cherry. Hallo. Hallo. Ähm, wir haben den Spielmodus Strategie genommen. Im Affenzirkus. Beste Combo. Ach, die Uschi ist dran. Uschi. Hallo Uschi. Hallo Karl-Hein. Ach nö. Das geht ja gar nicht. Das ist ja död. Hast du keinen Baseballschläger? Nein. Bumm. Hat die gerade Hadouken gesagt? Hat sie gerade Hadouken gesagt? Sawyuken. Nein. Bei mir hat sie Sawyuken gesagt. First Blood. Ich hab Hadouken. First Blood. Ach, der Lümmel ist dran. Hauptsache auf der Palme. Der Lümmel ist auch nicht. Hier kommt Lümmel. Hier kommt ein Lümmel. Ja, hier kommt Lümmel. Gott Lümmel will irgendwas mit Hose. Noch besser. Kevin. Da unten ist Jacqueline. Komatsu die Oma. Guck mal die Mäh-Ei. Guck mal die Mäh-Ei. Wow, das ist ja lame. Guck mal die Mäh-Ei. Guck mal die Mäh-Ei. Guck mal die Mäh-Ei. Guck mal die Mäh-Ei. Toll. Ein Jetpack, das ich überhaupt nicht nutzen kann. Stress mich nicht. Nein. Das war geplant. Du bist. Du bist. Nicht Kevin. Fuck. Du bist gut. Du bist. Oh, Chantale. Hallo Chantale. Hä, wo ist sie denn? Alter, der Blick von dieser... Ha, 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 ha. Kann ich jetzt hier mal klopfen? Chantale ist alle. Ah, ha, ha, ha. Das war Twins. Ha, 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 ha. Spring auf die Palme, bitte. Spring auf die Palme, da ist ein geiles Item drauf. Hallo. Ach, Mann. Nein, nicht den Lümmel von der Palme schießen. Nein, noch den Lümmel. Es geht doch voll in die Nüsse. Du hast nicht getroffen, oder? Ganz knapp nicht. Fuck you. Hallo. Lull. Warum tut es das? Irri. Los, bewegt halt nen Wurm. Cherry's alle. Warum steht ja heute immer das Gleiche, ne? Weiß ich nicht. Hallo, die Zeichnung schon auf wen ganz anders. Arme Kevin. Was ist das? Die, die Kevin. Ah, die arme Kevin. Kevin ist da drunten. Was ist das so? Kevin hat uns verlassen, um meine Mädchen zu heiraten. Kevin. Werkzeuge für Naronset erschienen. Katze. Katze. Ja. Das ist der R und er hört sich einfach mal mega an wie eine... Weiß ich nicht. Ist das dein Ernst, Scheiss, Scharf? Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja, ja, nein. Ja, nein. Yay. Ich hab Cherry's Wurm flachgelegt. Alles gut. Ja. Ja, nein. Ja, nein. Dein Paddel nicht. Oh. Soll. Katze, was hast du für Geräusche? Nein! Nein, nicht dein Vater, aha. Moment mal, ihr Heffn... Ja, gar eins. Schackeline! Kriegen wir wirklich nur Werkzeugkisten? Was, nein, ich war gar nicht weg oder so? Nee, überhaupt nicht. Nee, ich hab mal kurz die Katze aus dem Fenster geschmissen. Ach so. Ich schmeiß dir meinen Mixer. Und der macht Brei draus. Und das kommt umdraus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja... Ich hab' immer so, schmug einfach mal durch. Du brauchst nicht, dass er ist extra alt. Ja, das liest so. Oh, oh. Das wird wehtun. Au! Ich mach die Spielshow. Oh nein, deine Muschi. Ey, ich mein, Uschi ist dran. Uschi! Uschi! Los, Uschi! Uschi! Was tust du da, Uschi? Was mach ich da? Blöde Uschi, ey. Ich hab vergessen, wie man eine Treppe hochgeht. Nein, jetzt muss ich was machen. Ah, scheiße, was tue ich? Hurry up! Nein! Oh, voll treffst ich ja, wenn du im Stress bist. Das ist so nass! Hauptsache, du glitschst doch in die Kamera rein. Ist doch nass. Uschi, was kannst du eigentlich, außer Treffen? Ja. Uschi hat's drauf. Güter. Nein. Ich glaub, Jerry bringt gerne Eltern um. Günther ist bereits für den Erstschlag. Der ist zwar, glaub ich, schon vor zwölf Punkten gefallen, aber... Jerry, lost questions, liar! Jerry bringt gern seine Eltern um, ey. Bring gern seine Mutter und einen Vater um. Mein Vater hab ich schon erledigt, ja? Oh. Lustig. Filenzig. Nein. Einfach mal rumhüpfen auf die andere Seite. Ah, es bewegt sich. Ah, daneben, scheiße. You missed! You missed! Genau das, was der Arzt verschrieben hat. Eine Kiste. Die dir auf den Kopf fällt. Oh, Chantal ist wieder dran. Hallo, Chantal. Dein Bart ist wunderschön. Wo soll ich denn jetzt hinschießen? Ich weiß doch nicht, wo ich bin. Äh... Äh... Chantal wird bald die Hölle entfesseln. Äh... 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 Lass doch da hin und drüber, bitte. Danke. Das ist eine Seifenblasenmaschine. Ja, ich weiß. Wui. Ich weiß. Hab ich mich voll, äh... Wir könnten jetzt gar nichts mehr. Okay. Ja. Ja, das... Nee, das ist jetzt nicht mehr. Nein, nein. Chavis Limmel ist dran. Und er guckt auch so, äh... Da ist eine Uschi. Limmel zeigt, aus welchem Holz der geschnitten ist. das auge was kannst du genau hierher wollte ich nein ich will keine patroa setzen voll der nachmacher dann wirft es halt da raus alter das hätte ja fast getroffen zwei zählt ja drei sekunden gewesen ich muss erstmal die komische gerät da oben von der palme wie groß werden diese scheiß palmen bitte hoch nein nicht lümmel doch lümmel sherry wurde gerade beschnitten mit nem scharfen schützen hättest wenigstens so der mine schubsen sollen so hast du noch spiel endlich nee er hat doch noch in einem turm ich glaub nicht es war das so wuh 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 Alter, Draco sieht voll ab, ey. Was ist los? Deine Muschi ist dran. Ich hab doch gar keine. Wie ist jetzt dein komischer Lümmel da oben von der Gerät runter? Alle haben was gegen meine Lümmel. Der ist zu groß. Ach, fuck dich, das Blatt wollte ich nicht wegschießen. Hallo. Wieso nicht? Das hat das voll verdient. Das Blatt hat mich beleidigt. Winter. Dann geh weg. Ne. Auf. Der Wind beeinflusst das übrigens auch. Ah, ja. Alle drüber weg, alle drüber weg, alle drüber weg. Oh, Puff. Die Matsche. Ich glaub, dies ist Matsche, oder? Oh, nice. What? Was? Deine Muschi hat überlebt. Au, das sieht aber nützlich aus. Richtig. Kann ich auch. Irgendwie... Ach, ich bin unter dir. Ja, wisst du. Das hat ja alle gegen meinen Lümmel. Tschüss, Lümmel. Tschüss, Mini. Lümmel hat uns verlassen, um eine Meerjungfrau zu heiraten. Naja, vom Aussehen her wird ein Lümmel ja zu einer Meerjungfrau passen, ne? Wo ist denn jetzt hier was überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wo, wann der Baum ist. Chantal zeigt, aus welchem Holz ER geschnitzt ist. Ja? Ja. Äh, 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 äh. Scheiße! Was mach ich jetzt? Ah, genug. Come on, Ben! Mein Ernst? Puff. Und der... Der Blick so... Was passiert? Was war das denn? Nein, ich hab kein Baseballschläger mehr. Ihr hattet es nur einmal. Und jetzt aber. Oh, oh. Das war aber auch knapp. Fick dich. Das war wirklich sehr knapp. Nee, ich mein Spiel endlich. Warst du da verlassen, um eine Meerjungfrau zu heiraten? Nee, warum heiraten heute alle Meerjungfrauen? Ja, weiß ich. Gibt's ein Gratis irgendwo am Anfang? Nee, bei mir sind es Meerjungmänner, weißt du? Ja, unter Wasserpick. Ach so. Hey! Meerjungfrauenmann und Blaubarsch. Toll, eine Plattform... Ist hier Wasser... Oh, hier ist Wasser drin, geil. Warte, 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 warte... Warte, warte... Wie geht das? AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH what the fuck is that gonna happen? Ich konnte dieses Scheiß-Dynamid nicht setzen Du heißt aber was ich nicht so runter mache Jebald wie mein Dynamit hat Hallo. Hallo. Sie ist aufs Fass. Sie ist aufs Fass. Sie ist aufs Fass. Sie ist auf der das nicht doof. Nein. Das ist ein tolles Grab. Hallo Uschi mit Rüstung. Uschi zählt auf 2. Das ist nicht die Uschi. Uschi schnarch bei den Fischleins. Uschi ist nicht nur hinter den Ohren nass. Spiel damit Chantalle. Wo ist er denn da unten? Kannst du dich nicht selbst töten? Nein. Wieso nicht? Chantalle Witt hat den Sieg. Erst mal ein Selfie machen. Ah wie kann ich die Kamera drehen? Hallo. 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 This is bound to affect the scoreboard. Huch. Stau. Oh. Oh. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Hier hinten hat's ne. Moment. Jetzt geh nach vorne. Woher Du das liest durchschließt ja nicht durchgelebt. Wer das liest durchschließt nicht durchbillt. WELD. WTF. Ich werf dir jetzt Scheiße rein in dein Zimmer. Was würd ich sehen? Ich hab sogar wirklich reingeworfen. Aber trotzdem nicht getroffen. What the fuck? Maybe next time. Guckst du denn hier? Ich gar nicht. Tja, das siehst du jetzt. Nee. Das ist schlimm, schlimm. Um. Hallo? No, 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 no. Hallo? Miehahaha. Heeeeh. Heeeeh. Ich meinst du hast den Stockwerk gefördert. Tschüss. Ja. Ich hab den Faden. Nooo. Der das liest doof prügelt sich jetzt im Jenseits. Ja, ich hab auch in der Folge gekriegt. Und damit würd ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. bis. Bis. Untertitelung des ZDF, 2020